chef Welch wunderschöner Tag hier in Ponyland! Oah! Verzeihen sie mal einen Herrn. Moment... Du bist kein Pony... Was bist du?! Ach du heilige Celestia! Bist du... bist du die Twilight Sparky? Äh, also... ähm... ja, aber... woher... woher weißt du... Trevor! Ich bin Tony McBrownie! Ich bin dein größter Fan! Fan? Ich habe Fans? Also, ja! Genau wie Pinkie Pie, Rainbow Dash, äh, Applejack... Okay, jetzt läuft's mir die Beine runter! Woher kennst du meine Freunde? Na, jeder kennt doch deine Freunde! Ihr seid die Hauptfiguren von My Little Pony! My Little Pony? Äh... wovon... wovon redest du da? Das ist eine TV-Serie! Duh! Und die Fans davon nennen sich Bronis! Sehr clever! Moment, wenn das hier eine TV-Serie ist, heißt das dann, dass... ...alle meine Geheimnisse kennen? Ganz genau! Du hast einen Drachen als Haustier, magst dicke Schwänze, dein richtiger Vorname ist Terra... ...und du hast ab und zu oder ganz gerne mal einen Durchfall! Ich hab grad so viel Angst, ich glaub ich krieg nen Herzanfall! Und es gibt doch massen Merchandise von dir! Zum Beispiel diese Puppe! Bitte sag mir, dass du bloß ein durchgeknallter Fan bist und die anderen... ...also kleine Mädchen... oder sowas... Nein! Die meisten Bronis sind männliche Teenager oder erwachsene Männer! Ich... ich... ich glaub ich muss kotzen! Und schau mal was ich auf meiner Lieblings-Map-Scheiße gefunden habe! ... ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020